ho 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 meine shisha kinder einen wunderschönen guten abend wünsche ich euch und dass eure köpfe gut rauchen und der tabak wohl schmecken mag einen wunderschönen nikolaus meine lieben shisha kinder marvin muss hier keine pfeife an digga dann gehe ich halt wieder da nicht mal eine pfeife kriegt man der swg aller scheiß drauf der nikolaus sei da einer servus leute servus leute servus leute servus leute servus leute servus freunde servus freunde und willkommen zurück bei der shisha wg 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 heute der nächste teil vom community kopfball heute gibt es ein tabak review david aka dünn hat ein sehr interessantes video hochgeladen ich habe heute den konsti als verstärkung dabei die shisha modi hat wieder ein neues video hochgeladen und zwar wollte ich nachher eigentlich war der jungs was ist denn heute mit mir alter schon wieder umgeschmissen wunderbar beziehungsweise kalou haben die mit dem kalut lotus 1 können kalut counter einführen bing bing zwei packen wir schon mal drauf und übrigens wenn ich immer kohle hole dann schmeiße ich immer schon mal das war ja alles klar alles klar leider haben wir nicht genügend wird die pfade liegt so ich so vorrätig um ihre bestellung auszuführen in klammern 0 verfügbar wir bitten für eventuelle entstandene unannehmlichkeiten um entschuldigung auch immer noch brauchen und ich glaube ich hab jetzt habe ich echt eine million gemacht also ihr seht es ja so leicht zwischen uns aber dahinten ich kann auch hier was hat des momenten marvin he fucked up naja perfekt herzattacke bekommen oder ist noch mein handy drin und außerdem ist dann grüße gehen raus spucke verschlucken ganz tolles level der red and green von aquamente was ist die dose ausgesagt du scheiße ist ja ekelhaft leute es sift noch weiter war ekelhaft heute nehmen wir noch mal vier gabeln und legen die einfach so hier einmal hier in riesenhaufen hier ein riesenhaufen das atom atom overpack setup und dann kommt hier noch ein fetter haufen hin das ist mein set up scheiße was tun wir hier auch das ist mein set up gut erster zug jungs ich glaube mocha was machiato beige für das wort musste aber auch französisch studiert haben oder dein terror teo kann ich aussprechen komm nach offenbach und ich baue dir einen schönen tonkopf mit badja digga dann bleibe ich so weit von offenbach weg wie ich nur kann konzi halt einfach zwei minuten ein maul du hast mich sogar angesprochen du ekelhafter wild ich habe gerade kurz überlegt hä zwei pinkelschläuche ich habe schnischert weißt du ich gebe es gibt noch eine andere möglichkeit den ja letztlich gerade genommen und du so also was auf jeden fall schon mal zum tod lachen ist dieses entlüftungsventil das einfach in alle richtung ballert gönnt euch mal take me away ist so ein behindert ey ist sicher natürlich muss ich da überhaupt noch was sagen schön dass du das fragst was bruder ein bisschen dreckig ne man kennt es nein man kennt es nicht digga man macht seine pfeife einfach sauber so leute wir haben gesagt bei 20.000 abos rauchen der konzi und ich ein köpfchen pharma da werde ich eine lösung finden einfach durch und ein app ich wollte gerade sagen einfach durchbohren er ist mit dem bohrer am start what the fuck oh digga digga nein oh okay tschüss oh nein er ist echt gefreckt scheiße mir geht es schon wieder ein bisschen was oblaco empfehlung ich ne ne eigentlich fast nie der oblaco ist nicht der beste kopf auf dem markt und das wird vielleicht viele leute schockieren was nicht der beste kopf wow auf treubasis aber ich auch gerne mit kalut Nein! Nein! Der liegt von dir! Das war mein Win! Das war mein fucking Win! Der war schon sicher! Anna? 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 Oh scheiße, jetzt sind hier drei Und die sind halt bald mit den Tasks durch Anna und ich müssen halt welche killen Aber hier sind viel zu viele Okay, Anna Anna! 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 Nein! Das ist nicht euer Ernst, oder? Ein paar Sekunden später Grüße an den Und ober-Club 6 1,5 Stunden später Hey, ich komm erst wieder, wenn's aufhört Ich komm erst wieder, wenn's aufhört Ich komm erst wieder, wenn's aufhört, Leute Leute, wenn ihr dieses Video sehr, sehr nice fandet Lasst sehr, sehr gerne auch bei mir noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder Bis dahin, macht's gut, eure Shisha BG